Moin moin YouTuber, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's play Minecraft Pixelmon, wenn ich mein Mikro mal näher in den Mund nehmen würde Ähm, wir haben noch einen neuen Namenswunsch Und es regnet natürlich schon wieder What the fuck, das war ein Shadering Ähm, ja, aber ich bin beim falschen Punkt Ich bin eigentlich gerade Aber das macht nichts Wir haben Machschock nicht mehr dabei Ähm, brauchen wir glaube ich erstmal nicht mehr Boah, es leckt wie Scheiße Warum auch immer So, weil ich keinen Bock habe mich hier zu bewegen, ist ja klar Ich und mich bewegen, soweit kommt das noch Was hab ich denn da mitgehabt? Willkommen Achso, ja, ich hab das Spiel gepatcht, genau Man, das sieht mit der grauen Cap echt seltsam aus Egal Ich hab das Spiel gepatcht und jetzt Hat sich vielleicht ein bisschen was verändert, mal gucken Ich weiß es nicht Fliegen, 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 fliegen Okay, ich weiß nicht, aber wie das immer regnet bei uns, ne? Also ich weiß gar nicht, ob es neue Pokémon gibt Wenn ja, werden wir es sehen Aber ich hier noch ein R hab ich, ne? Scheiße, der Mr. John Stingstock gemacht Und alle, die außerhalb des Teams sind nochmal Leute Ihr braucht nicht böse sein, wenn das so ist Ich entnehme euch dann nämlich nur raus, wenn ich andere Pokémon gerade entwickeln möchte So, dich nennen wir erstmal in Xeno um Ich glaube, ich hoffe mal Xeno ist okay Deinen Namen gibt es zwei Teilen, aber der erste ist Xeno Ich fühle dich gegrüßt Äh, so Ähm Und das Ding bei so Pokémon wie Wobei, den könnten wir tatsächlich noch leveln Ähm Überlegen wir mal Wir nehmen erstmal Wir nehmen Cookie einmal raus Sei mir mal nicht böse Aber allerdings erstmal nicht für dich, sondern für Terakrok Ähm Dann bleiben wir bei denen glaube ich erstmal Ich hab halt nur 6 Slots Es tut mir sehr leid Ähm Wir waren glaube ich dabei, dass wir Ach, meine Nase juckt Dass wir Morabel entwickeln wollten Und hier haben wir wieder so einen hyperaktiven Der ist Level 9 Dann machen wir doch mal So Ich bin auf Level 10 Meiner Ähm Oh, Tagan Und Radfratz Und es ist, es macht nur Schaden, verdammt Und Hauptsinn, wir werden immer schwächer die Pokémon, die er hat Wow, Leute Was ist das da oben? Achso War das noch was neben Ist das ein Plusse? Ja, ist ein Plus. Ich hab doch gar nicht was anderes gehört hier. Was ist da hinten? Ein Visor. Da hatte ich mir ein bisschen cooleres von der Hoffnung. Level 30. Könnte man fast schaffen, ne? Versuchen wir es. Boah, Akani! Alter, wie cool ist das bitte? Und auch noch richtig gut für uns. Watergang! Ändernehmen. Na, ernsthaft? Was macht, dass er dir weniger Schaden, als ich gehofft hatte? Wir nehmen mal eine Mattbomb. Oh ja, das war gut. Das sind wir, glaube ich, testen schon down, ne? Ja, tatsächlich. Ähm, die Frage ist, ob du das durchhältst mit einer Runde. Ich teste das mal mit ihm. Boah, ne. Wir testen das. Wow, das ist klein. Ist das riesig? Aber wir nehmen mal einen Fighting Move. Heilige Scheiße. Okay, das hat doch nicht wenig Schaden gemacht. Ja, das hab ich mir fast schon. Das wäre, wenn du die Punkte bekommen würdest, wäre das natürlich richtig cool. Okay, gut. Das hat sich ja gerichtet. Wieso kann das Thunderfeng? Voll gemein. Ähm, Redwatch. LOL, wir haben das, wieso hat das nicht getroffen? Oh Mann. Wieso, oh Mann. Nice. Ja, Hundest, äh, Hundemann. Das werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Auch aber cool, Hundemann. Oh, wobei. 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 Ein HP. Alles klar. Okay, aber das ist ja jetzt... Scheiße. Scheiße. Ist immer über was reingelaufen. Diese scheiße Litwick, die verfolgen mich auch wie sonst was. Ich versuche, wenn wir den jetzt nochmal angreifen, hat er dann wieder beide seine Pokémon? Ich versuche das einfach mal. Ja, hat er. Und ich versuche es immer schlauer zu machen mit Mudbomb von Anfang an. Es war keiner... Ist das ein Scherz? Ach so, es schreckt immer zurück. Und es misst. Ach. Ja. Ach, das ist doch kacke. Diese scheiße zurückschrecken. Ich will nicht, ich mach den jetzt fertig. Ich seh das nicht ein. Aber in meinem Lab-Snap, immerhin ist Felix ein Level weiter aufgestiegen. Ist das nicht schön? Daneben. Daneben. Wieso hast du so viele Büsche vor dir? Das ist halt ein großer Busch, ne? Ja, sehr schön. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Doch! Alle, okay, das bringt ehrlich Erfahrung. Level up, level up. Schöne Sache. Dragon Mage ist einfach aus dem Grund schön, dass es immer die gleiche Anzahl an Damage macht. Aber jetzt war es das halt schon wieder. Oh, wo, oh, der kann aber ganz gut. Äh. Oh, das ist nicht schlecht. Und Level up. Und Light Screen brauchen wir nicht. Der ist weg, der Trainer. Ha, haben wir doch geschafft. Siehst du, siehst du? Nur ein bisschen Überzeugungsarbeit. Das hätte ich, glaube ich, hätte ich mal nur noch rausnehmen. Weil, das Pokémon bringt mir gerade verhältnismäßig wenig. Stattdessen könnten wir noch eines der Starter-Pokémon reinnehmen. Aber ich weiß es nicht. Oder was wollen wir noch entwickeln? Oder wir halten uns den Platz quasi mal offen, falls wir noch irgendwas anderes finden. Und wir haben ja jetzt mittlerweile auch da. Wollen wir noch mal Apfel mit? Mal gucken, was sich hier so rumtreibt. Gar nix. Hier ist halt original gar kein Pokémon. Toll. Wir wissen, wie so ein einziges verlassen ist. Mal einen Ticken hier drüber. Das noch, was haben wir da? Dieses komische Krebsding. Hoffentlich kommt bald die 6. Edition rein. Wenn die dann immer jemand programmiert irgendwann. Ja, von mir aus kämpfe ich auch gegen dich. Tschüss. Ich versuche es einfach. 28. Er hat ein Garados, das ziemlich groß ist. Mudbomb. Das zählt wirklich als Flugtyp. Was ist das denn? Das zählt wirklich als Flugtyp. Das zählt wirklich als Flugtyp. Was ist das denn? Das zählt wirklich als Flugtyp. Das zählt wirklich als Flugtyp. So, und jetzt haben wir nämlich die Ultra-Kombi am Stüssel. Nochmal Mega-Drain. Wird wahrscheinlich nicht reichen, um es jetzt zu überleben. Ja. Vielleicht kriegst du die XP. Okay, das wäre richtig cool. Nice, kriegst du sogar. Level 19. Schön. War das Tenta oder war das... Ja, Tenta cool. Hätte auch Tourtalk sein können. Ein Lediaden. Das Level ich nicht sehe. 21. Oh, das werden wir wohl nicht schaffen, ne? Oder? Doch. Hat gereicht. Achso. Jetzt anfangen wir mal. Was hat so? Ach, Leute. Ich hätte auch einfach so machen können. Falsche Taste. Was hast du? Chire. Chire. 4 Millionen. Leone! Kodabra! Elio! Marticard 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 Mutes 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 Laude Hana Ah Oh Gott. Oh Gott, Hypno. Oh Gott, Hypno. Toll. Äh... Dankeschön. Auf jeden Fall wird schon mal wieder Tag. Das ist schon mal ein kleiner Schlusspunkt. Weil dieses Spiel... Oh, Duvler. Weil dieses Spiel scheint mich echt nicht zu mögen, was das... ...was das Wetter angepasst ist, wißt du? In A-Bock, ne? Ja, ja, ist ja gut. Kein Grund rumzuschreien. Ja. So, wieder heilen. So. So. So weit. Wird er schaffen? Ist das klein? Komm schon. Dankeschön. Es läuft immer weiter weg. Hypno evoided the attack. Willst du mich verarschen? nur noch ein? Hat gar nicht so viel Schaden gemacht , ich dachte. Takedown vielleicht? Oh! Takedown war gut. Takedown ist scheinbar ein Bodycheck. Das war auch gut. Das gab auch gute Erfahrungen. Das wär das wieder gut. Das ist die Armee der A-Box.